Ahoi und Alloa meine lieben willkommen zurück zu Skyrim 2013. Nach einer kurzen oder auch längeren, wie man es nimmt, Pause wieder zurück. Die Pause war nicht von mir beabsichtigt, sondern eine Partition der Festplatte, wo auch die Spielstände waren, wollte nicht mehr und erst nach langem herumdoktern habe ich das meiste retten können und dazu gehört auch der Spielstand von Skyrim. Halleluja! Nur hat sich da einiges mit dem Spielstand von Skywind gemischt und ab und zu kommen oder kamen Fehlermeldungen. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelegt. Wenn irgendwas passiert, ich nehm's auf meine Kappe. Und es geht weiter! Wir laufen weiter ins Innere von Sata an. Und langsam kannst du ja meinen Lieblingsspiel. I know you want me. Mädchen, ich bin auch ein Mädchen. Und in Skyrim ist lesbische Liebe verboten, habe ich mir sagen lassen. Geht das schon wieder los? Eine Alchemie brült? Nächsten Geister im Sturm. Vielleicht gibt's wieder Points? Nein, aber neben Thomas. Jupp. Vier Gold! Und wieder... Und wieder, wie ihr seht, ernähren wir uns mühsam. Okay, die Pfeile haben den Traugohr eine mitgegeben. Auch nicht schlecht. Ah, mit der neuen Maus, das ist furchtbar. Mach mal betätigtes Doppelklicks, obwohl nur einmal geklickt wurde. Ich hoffe, das bringt mich nicht in die Scheiße, hätte ich jetzt meiner gesagt. F5, 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 F5. Jawoll. Weil das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Shit. Gut. Also so etwas. Ist da jemand? Wer ist zu Ende? Nichts scheint zu funktionieren. Reiter ist beschäftigt. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Ja, entziehe ihm die Kraft. Hörgott. Hui. Das ging aber flott. Ich glaube, irgendwie bin ich overdosed mit den zwei Mädchen. In der Conan-Quest haben sie überhaupt nichts gebraucht. Und jetzt hauen sie rein wie Schmitzkatze. Seltsam. Füge das Amulett von Goudour zusammen. Aber erst schauen wir mal, was hier alles so gespielt wird. Nehmen wir den Stab. Klar. Die Frage ist, wieso hat er den Stab nicht genommen? Ich glaube, der hat uns alle durchgebrutzelt, wie es braucht. Das sind so die Fragen, die mich bewegen. Und es aber keinen so richtig interessiert. Und Leinentücher an Mass. Ich sage da noch einer. Früher haben sie keine... Ne, das wird jetzt unappetitlich. Ich halte jetzt die Klappe. Und schau an, was ich mich alles so bereichern kann. Ja, ausschauen tut schon. Schön. Noch ne Eisentür. Sollte erst... Ja, okay. Zap. Mädels. Ja, ich wünschte, du würdest aus dem Weg gehen. Dann wüsste ich, wo ich nicht gehe. Follow me. Äh. Bei der Musik. Müssen wir alle, was zu tun ist. Genau. Müssen wir alles speichern. Hey, hey, hey. Eine Wand, eine Wand. Eis. Eis. Eisform. Ja. Langnese. Dankeschön. Und... Quer 1405. Da braten wir eine, zwei Störche. Und... Okay. Ich würde sagen, es hat sich voll garantiert. Aber schau mal, wohin ich muss. Um die Karte zum... Zusammenfügen. Ähm. Tschuldigung. Nicht Karte. Das Siegel. Lopp. Füge das Amulett. Von Grauldur zusammen. Ja. Wo denn? Sind wir da auch? Vielleicht hilft dir ein kurzer Tag mit... Läuft ihr? Was könnte dies für ein Ort sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Genau. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Ahren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Okay. Halt halt halt. Eine Frage habe ich noch. Das ist einfach faszinierend. Ach, ich glaube, ich komme zurecht. Die größte Gefahr haben wir ja offenbar aus dem Weg geräumt. Wir können davon ausgehen, dass derjenige, der das hier platziert hat, es gut bewacht haben wollte. Ich frage mich, warum wohl? Berühmte letzte Worte. Sagt ihm, dass wir etwas entdeckt haben, das... Nun, ich bin nicht sicher. Sagt ihm etwas einzigartiges. Es ist eindeutig magischer Natur. Aber es ist mit nichts vergleichbar, was ich bisher gesehen habe. Das wird ihn sicher sehr interessieren. Bestimmt. Also gut. Warum sollte auch nicht eine lebensgroße Kugel, die schwebt, nicht wahr sein? Ähm, hallo? Ich dachte, wir kommen hier raus. Hilfe! Ja, hey, wo ist Summer? Da ist Summer. Und raus hier. Da ist er wieder. Ganz kurz. Colen! Ich würde sagen, den langen Weg ersparen wir uns und flutschen weiter nach. Akademie von Winterfeste. Große Männer lebten hier. Giganten. Götter. Früher. Sehr viel früher. Also irgendwas hat sich an der Grafik getan und irgendwie gar nicht so zum Vorteil oder doch. Also da hat es einiges verstellt mit der Skyrim-Mod. Allerganter kleiner Spacken. Dich werde ich auch noch. Irgendwann. Ja, wie gesagt, das mit der Grafik muss ich jetzt mal vergleichen. Irgendwie schaut es besser aus und einsteig auch wieder schlechter. Ich weiß es nicht. Jetzt werdet ihr sagen, der redet der Unsinn. Aber wenn man über 100 Stunden schon mit Skyrim verbracht hat, fällt einem schon irgendwas auf, wenn es mal nicht stimmt oder sich verändert hat. Und ich wünschte, diese Stufenanzeige würde sich mal verändern. Ich bin immer noch Level 17. Seit der Hyborian-Quest hat sich nicht viel getan. Und wenn ich denke, dass andere schon Level 40, 50, eine Million sind, dann habe ich immer noch einen langen, langen Weg vor mir. So. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Ach was? Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Savos Ahren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Klar. Aber jetzt... Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben zwar eine Art Kugel gefunden. Tolftier wollte sie sich ansehen. Ich... verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine... genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Bitte? Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Was denn? Ja, super, vielen Dank. Aber wenn wir schon dabei sind... Persönlich nicht. Eine aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren. Bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Ist ja wie bei Lost. Gefährliche Forschungen müssen hier ein Problem sein. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingeben. Wie bin? Ich versuche einfach vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Okay, das war's. Mehr wollen wir jetzt nicht wissen. Nee, stehen müssen wir's nicht. Machen wir's wieder zu. Und... Lydia... Ich gebe euch Deckung. Ich möchte ein paar Dinge mit euch daraus schenken. Unsere BHs. So. Schauen wir mal, was wir so an Waffen da haben. Ziel erleitet 25 Punkte Schaden und doppelt so viel Magikas Schaden. Ah... Nein. Nimm's. Gewicht 8. Zweigenstreitachs der Verzweiflung. Ja. Gaul durch Schwarzklinge. Und gewetzter, alter... Dingsbums. Hab ich's gar nicht so gelesen. Und jetzt schauen wir mal, mit was sie sich bewaffnet. Oh oh. Immer noch der Holzhammer. Okay, schauen wir mal ins Alcani... Dingsbums, soju. Halle der Elemente. Ja. Ich habe euch schon gesucht. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Ancano nach euch gefragt hat. Ich glaube, er sucht nach euch. Wer? Nach Ancano. Ist doch diese... Allergantik... Drex... Elf. Ich bin nicht sicher, nur... Nun passt auf, was ihr zu ihm sagt, ja? Gibt es ein Problem? Nein, nein. Nun, ich glaube jedenfalls nicht. Ganz unter uns. Es gibt Gerüchte über ihn. Dass seine Beraterfunktion nur ein Schwindel, ein Vorwand ist. Dass er in Wirklichkeit für die Talmor spioniert und versucht, ihnen Informationen zu liefern. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber es kann nie schaden, etwas misstrauisch zu sein. Nicht wahr? Nein. Nein. Schöne, nette, grünliche Haut. Bist du das Alcaneo? Nein, aber ich muss doch erst mit dem... Hau mich tot da reden. Wo war diese Alcana-Dingsbums? Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Ja, das sagen die Politiker auch immer. Okay. Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Okay, jetzt versuche ich mal ganz kurz noch was. Und zwar... Einstellungen... Anzeige. Und Helligkeit. Ja. Ich denke etwas besser ist es. Seit... Ich bin enttäuscht in meiner Zeit hier so wenig gelernt zu haben. Oh, schaut's. Auf einmal ist diese Frage da. Vielleicht nicht so oft wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln. Man munkelt, dass ihr ein Spion der Talmor seid. Was? Das ist doch absurd. Genau das habe ich von Magiern erwartet, die mit ihrer Zeit nichts besseres anzufangen wissen. Ich habe ganz deutlich klargestellt, dass ich hier einzig und allein als Berater des Erzmagiers tätig bin. Ich würde vorschlagen, dass ihr dieses Gerücht nicht weiter verbreitet. Nein. Als ob ich eine Klatschstante wäre. Okay. Wer ist... Hat jetzt mit mir geredet? Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Nicht Depp. Mann, 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 Mann. Manchmal hat man so ein fettes Brett vorm Kopf. Hi, Süßi. Hey, Sommersprossi. Süß. Und ich will jede Sommersprosse von dir küssen. Da, 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 da. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Ja. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Und ich erinnere mich, vor ein paar Wochen war ich hier schon mal. Also sollte ich es kennen, aber... Ach ja, wenn man noch Oblivion macht und du dir Dings Morrow Wind oder besser gesagt Morrow Oblivion, dann kann das schon sein, dass einige Sachen einem entgangen sind. Oder verloren. So wie in diesem Buch. Der Niedergang. War da nicht irgendwie ein Film? Oder war es der Untergang? Irgendwas über das Dritte Reich? Egal. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Oh oh. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Erstens Drobe, nicht? Und zweitens denke ich, dass du am meisten die Bücher beschädigst, wenn du sie liest und sie besabberst mit dem Gebiss. Ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Saartal herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Ach. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Ja? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein. Ich habe nichts für euch. Nicht mehr jedenfalls. Oh Gott. Das bedeutet, wir müssen erstmal nach Hintertupfwig und dort dem Magier so und so helfen, dass der uns dann hilft. Ich sagte, nicht mehr. Orthorn stahl einige Bücher, als es zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orthorn reden müssen. Orthorn. Kümmert es denn niemanden, dass Orthorn Dinge aus der Akademie geklaut hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Ahren vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Das nennt man die Abwartetechnik. Okay. Wie ihr seht, wie ich gesagt habe, sprecht mit niemanden. Denn sonst habt ihr sofort 15 weitere Quests an der Banke. Aber das gehört nun mal dazu. Warte, da war noch eine Frage. Klappe. Ja, ja, ich weiß. Ich hab mich verklickt. Tschuldigung. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihm. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie. Vermutlich, um sich einzuschmeicheln. Okay, letzte Frage. Warum sind diese Zauberer in Festung dämmerlich? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Ach. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Gebeten zu gehen. Hehehe. Nein, 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 nein. Gibt es nicht, weil... Kämpft Wacker. Ja, bestimmt. Der ist schon wieder. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Nein. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Ach. Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte beleidigt nicht meine Intelligenz. Teuf dir ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Woher wisst ihr davon? Es ist meine Aufgabe, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Als Spion? Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute, alles zu wissen, was hier vor sich geht. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Irgendwann dann habe ich dir was in deinen... Hey, da geht es ja noch tiefer. Schauen wir mal. Halle der Elemente. Darf man überhaupt? Ach, da waren wir ja schon. Und hier geht es raus? Okay. Ich werde mal schauen, dass ich etwas verkaufe. Damit meine Mädels und ich leichter werden. Da müsst ihr nicht dabei sein. Ist ja auch unsinnig, da 10 Minuten lang bei den Verkäufen da zusehen. Wir sehen uns wieder in der feste Dämmerlicht. Bye, bye. Bis später. Bis später. Bis später.